Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und ich habe jetzt eben gerade schon mal eine Aufnahme gestartet, damit ich die Folgen, die gefehlt haben... Flauschi! Na, guckst du ein bisschen in die Ferne? Ah, wohl doch nicht. Habe ich dich wohl dabei gesteuert, das tut mir leid. Ja, und ich habe jetzt, würde sagen, wir starten direkt noch eine Aufnahme. Sag mal, was ist denn mit euch beiden? Immer diese Treppe hier, ne? Da sind sie immer im Weg. Aber naja, so sei es. Stimmt, das ist auch die einzige Treppe mit der da unten, die nur einen breit sind, ne? Aber gut, wie auch immer. Ich würde tatsächlich, weil wir jetzt die schwarzen Kerne haben, ganz gerne das hier endlich ausbauen. Ähm, was ist das hier nochmal? Schwarzer Kern 5. Aber das war, glaube ich, für die Maschine unten, ne? Denn hier, warte mal, da gucke ich nochmal kurz nach. Nachzwerken-Stuff haben wir 6 Stück. Perfekt. Das bedeutet... Ich weiß nicht, ob das hier ausreicht an Größe, weil wir brauchen insgesamt 5 Stationen, ne? Weil, es kommt hinzu, ein Moment, einmal der hier, ne? Dafür brauchen wir auch die 5 Kerne. Und außerdem den hier. Der ist auch relativ klein. Genauso wie die Schmiede. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach unten, holen Eisen. Und basteln einfach mal drauf los. Wir müssen sowieso, glaube ich, hin und her friemeln und ein bisschen tweaken. Wir müssen allerdings darauf achten, dass die Dinger unten alle korrekt sind. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Die Schmiede, äh, Moment. Schmiede hat Level 7. Die Workbench hat 5. Werk, Bank, 5. Und diese Schmiede hier hat, ist auf Stufe 2, ne? Schwarzschmiede. Schwarz, 2. So. Dann würde ich nämlich mal... Oh, die Mucke, Alter. Das nervt so. Ähm, ich würde erst mal so... Das hier. Und das hier. Und das schmeißen wir erst mal hier hin. So. Sammeln wir gleich auf. Denn, wir müssen auch die hier umbauen. Äh, oh, ach ja. Shit. Stimmt. Wir müssen die Schmiede doch kurz hier stehen lassen. Holz und Stein war das, ne? Nee. Was fehlt? Ach ja. Die Workbench selber brauchen wir natürlich auch. Warte mal. Dann bauen wir die mal. Ich baue erst mal übergangsweise hier und... Hier. So. Dann können wir hier nämlich lustig abreißen, wie wir wollen. So. Das weg und das weg. Dann müssten die Fackeln ja einkrachen. Tun sie auch. So. Und jetzt müssen wir uns gut überlegen, wie wir das machen. Ähm. Ich nehme mal das Eisen auf. Ich trage zu viel. Dann schmeiße ich mal die weg. Dann tragen wir nicht mehr zu viel. Denn. Wir machen mal... Moment, ich will mal kurz gucken, ob die Aufnahme... Da habe ich jetzt irgendwie mal ein bisschen... Ja, doch. Sieht gut aus. Ähm. Und... Ich würde sagen... Wir nehmen mal das. Das fand ich nämlich ganz cool. Das würde ich auch so lassen. Aber... Ich würde gerne die Stationen... Die Stationen, die wir eher am wenigsten brauchen, wird die Magie... Wie... Wie diese Runenstein-Dingens sein. Die würde ich dann nach... Da hinten machen. Also so. Eins, zwei. Oh Mann. Ob das klappt? Oh, ey. Die Mucke, ne? Nervt dich. Ne, das ist falsch, ne? So ist richtig. Glaube ich. Ähm. Genau. Jetzt sind wir so gedreht. Und ich mache mal... Eins, zwei, drei. Und so. Eins, zwei, drei. So. Das ist doch aber falsch. So ist richtig. Eins, zwei, drei. Hier hin. Warte mal. Jetzt aber... Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Ne, das ist falsch. Das ist verkehrt. Der hier kommt nochmal weg. Und wird... So gemacht. Zack. Dann können wir den... Nämlich... Moment. Da muss ich kurz überlegen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, doch. So ist richtig. So ist das korrekt. Der hier ist allerdings nicht in der Mauer. Den muss ich nochmal. So. So. Dann machen wir da einen dran. Da. Huch. Oh. Hier ist zu viel, ne? Vier. Ne, doch. Ist richtig. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und einer ist vier. Das ist, glaube ich, korrekt. Zwei, drei. Ja. Warte mal. Das sieht so nicht korrekt aus. Warum nicht? Muss ich das hier gegen machen? So? Ja. Dann ist es korrekt. Genauso wie die hier. Die muss ich immer schön hier gegen platzieren. Damit die auch richtig sind. Ne? Da sieht man's. Die sind nicht gerade. Na, komm schon. So. Perfekt. Oder? Ne, ist immer noch nicht richtig. Ich glaube, weil ich die gedreht hab, ne? Probieren wir's mal so rum. Boah, alter, die Mucke. Ich glaube, so mach ich das. Das sieht richtiger aus. Und so, glaube ich. Die Mucke hört schon wieder auf. Der weg. Und gedreht. So. Und... Der ist schon korrekt, wie er sein soll. Perfekt. Dann würde ich nämlich sagen... Wir machen hier erstmal die Fackeln hin, damit wir auch was sehen. Ist aber auch gerade Nacht geworden. Das ist natürlich gemein. Nochmal so. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Top. Und die halt wieder hier oben drauf. Hä? Ah, hatte ich gerade nicht richtig getroffen, glaube ich. So. Geil. Und da bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt alles passt, wie ich mir das vorstelle. Das Größte machen wir hier hin. Und das ist dieser Baumstumpf. Da. Oh, ist das ein fettes Ding. Ja, der ragt da so ein bisschen rüber. Das ist natürlich doof. Wenn ich das mal andersrum baue. Ich probiere das mal kurz. Ich reise mal das und das nochmal ab. Und wenn ich jetzt sage, wir machen den. Das würde gehen. Und dann machen wir die... Das Gitter. Probieren wir das mal aus. Was brauchen wir denn dafür? Fünf Eiter. Zehn Schwarzmetall. Oh, oh. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Schwarzmetall noch haben. Dann nehme ich, glaube ich, erst mal das hier. Weil uns fehlt Schwarzmetall. Na gut, na gut. Ähm. Zehn. Oh, oh. Nein. Ich glaube, das haben wir nicht. Ich glaube, das haben wir nicht. Oh nein. Uns fehlt genau eins. Haben wir hier noch Erz? Ja. Oh Mann. Okay. Das schmelzen wir mal kurz ein. Äh. Achso, hier. Und packen die Kohle rein. Da warten wir mal eben. Und haben zehn. Hm. Das ist ja bitter. Wir brauchen dringend ein neues Schwarzmetall. Da müssen wir eigentlich mal wieder farben gehen, ne? Glaub ich. Äh. Oh. Einen Moment. So. Na los, mach hinne. Komm schon. Obwohl ja, da habe ich kurz Zeit, mir was zu trinken, halt zu decken. Ne, habe ich doch nicht. Da ist er genau fertig. Wie auf Kommando. Als würde mich das Spiel nicht trinken lassen. So. Dann machen wir das nochmal. Ich reiße mal das hier und das hier nochmal weg kurz. Wir wissen ja, dass das hier genau in dem Raster nachher sein wird. Moment. Fünf schwarze Kerne. Zwanzig-Eck-Grasil-Holz. Nehme ich auch mal die hier. Zehn. Und. Ach, hier haben wir noch mehr als genug. Und nochmal zehn. Zack. Das Eisen schmeiße ich mal kurz weg. Das brauchen wir gleich. Und. Was hat denn noch gefehlt? Ach ja. Die schwarzen Kerne selbstverständlich. Das Hauptstück. Worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. So. Und wenn ich das Ding hier jetzt so platziere. So. Warte mal. Ich mache das mal so weit nach vorne, wie es geht. Sodass es nicht überragt. Zack. So. Zum Beispiel. Zack. Und jetzt probiere ich nochmal die Gitter dahin zu bauen. Aber warte. Ne. Das geht gar nicht. Weil ich dann die anderen. Glaube ich versperre. Ich probiere es einfach mal. Bauen. Gitter. Und dann hier ran. So. Und. Na komm. Bitte. Aber geht nicht, ne. Weil hier. Doch geht. Ja. Perfekt. Und hier auch. Machen wir mal hier in die Mitte. Und da dran. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich mache mal so. Und so. Und versuche mal von unten an zu targeten. Wenn ich mich hinsetze, geht das dann? Halt. Halt, 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 halt. Da setze ich mich hier hin. X. Und dann können wir vielleicht von unten an targeten. Ich probiere es mal. Geht nicht, ne. Hm. Ja, das geht doch nicht. Hm. Ja, ne. Dann können wir das doch nicht machen. Wir müssen es doch ein Stück weiter nach vorne ziehen. Dann mache ich das. Ich reiße den. Den. Und den nochmal weg. Oh, oh. Hui. Das war knapp. So. Und wir machen Herstellung. Das Ding. Dann muss es halt ein bisschen rüberragen. So sei es. Ne. Also hier diese Wurzeldinger. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus. Aber Hauptsache es funktioniert. Dann nehmen wir das Eisen wieder auf. Und machen das nochmal. Mit dem Gitter. Und hoffen, dass es jetzt passt. So. Und. Hier dran. Passt. Das gleiche auf der Seite. Na komm. Ist das so richtig? Ne, ne. So ist richtig. Da und. Da. Und da drauf natürlich wieder die Fackeln. Einen Augenblick. Eine da. Und eine. Dort. So. Haben wir den schon mal? Ne. Der ragt jetzt hier ein bisschen rüber. Das meinte ich, dass wir vielleicht das Rondell ein bisschen erweitern. Ich würde es aber gerne erstmal so lassen. So wie es ist. Und hier haben wir jetzt immer gleich große Plätze. Hier mache ich wie gesagt den Runentisch hin. Was brauchen wir für den? Herstellung. Runentisch. Zehn Eiter. Fünf Yggdrasil. Und zehn schwarzen Marmor. Die haben wir doch locker. Zehn schwarzen Marmor. Ähm. Yggdrasil. War wie viel? Fünf. So. Und. Eiter. Zehn. Den haben wir doch gar nicht gebaut, den Runentisch, ne? Da kommen bestimmt gleich neue Rezepte rein. Ich weiß gar nicht, was man damit machen soll, ehrlich gesagt. Huch. Ah. Der muss in der Nähe von dem Ding stehen. Das ist ja gut zu wissen. Wo ist denn hier vorne? Machen wir so? So wäre so passend. So wäre so passend. Also so oder so. Beides ist falsch. Dann mache ich... Ach, verdammt. Das passt genau nicht. Huch. Mehr Platz benötigt. Oh. Ich verstehe. Das ist ne... Ich bin so ein Storchkopf. Das ist ne Verbesserung für den. Oh. Dann brauchen wir ja doch nur vier. Oh. Oh. Ah. Ich verstehe. Stopp. Dann machen wir das ja alles hier weg. So. Da habe ich das ja völlig falsch gesehen. Ich dachte, das wäre ein neuer Crafting-Table. Gut. Dann hat sich das erledigt. Dann passt es ja perfekt. Weil durch vier lässt sich das nämlich locker teilen. Dann mache ich mal so. Und hier dran. Und nochmal hier. Ja. Dann war schon richtig so. Und da. Dann müssen wir gleich nochmal hier nach unten, ne? Und den Runentisch da platzieren. Oh. Sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Wenn das so ist. Ähm. Das hier sammle ich mal auf. Und wir packen die Schwarzschmiede hier hin. So. Schön weit rein. So weit rein wie es geht. Zack. Ach ja. Das sollte ich vielleicht vorher machen. Die Fackeln. Sonst kann ich die nachher nicht mehr platzieren. Da. Das meine ich. Kann ich nämlich jetzt schon nicht mehr. Dann mache ich das zuerst. So. Und. So. Nochmal. Herstellung. Schwarzschmiede. Gehe dran. Oder sollte ich da auch warten? Warte mal. Ich glaube, ich kann das weiter reinschieben, wenn ich die Gitter da nachbaue. Ah ne, dann kann ich ja das Ding nicht mehr drauf platzieren. Das hatten wir ja gerade. Gut. Dann muss ich so machen. Was soll's? Mach ich so oder so? Ne. So. Zack. Dann reißen wir die Workbench weg. Und bauen die hier hin. So. So rein. So weit rein, wie es geht. Und die Schmiede bauen wir hier hin. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Kann sein, dass wir das gleich nochmal umbauen müssen. Wenn die nicht die Level haben, die sie sollen. Das hier ist Level 2. Das geht nicht. Die Werkbank ist Level 5. Die geht. Und die hier müsste auch Level... Ich glaube, die muss ich tauschen, ne? Schmiede und... Warte mal. Den weg. Und den weg. Und dann hier die Schmiede hin. Anders geht's glaube ich nicht. So. Welches Level hast du? 5. Das ist nicht hoch genug. Verdammt. Ähm. Her mit dem Stuff. Und her mit dem Stuff. Oh. Jetzt hab ich aus dem Auge reingeworfen. Ist ja nicht schlimm. Hier hab ich aber 7, ne? Ich mach mal ein Stück nach vorne. Damit die anderen mehr Platz haben. Komm schon. 4. Oh oh. Verdammt. Verdammt. Moment. Ich schmeiß mal kurz das hier alles weg. So. Außer das hier natürlich. Das kann ich nicht wegwerfen. Wir müssen die Schmieden jetzt gut positionieren. Oder hier doch weg. Und... Ich probier einfach mal rum. Komm. So. Und Schmiede. So. Geht's dann. 1. Hier ist am schlimmsten. Nein. Ich schieb mal hier weiter rein. 1. Hier geht's auch nicht. Halt. Oder muss ich kurz warten? Ach. Ich muss kurz warten. Schmiede muss aber 7 haben. Ich schieb mal hier so weit rein, wie es geht. So. Halt. Kurz warten. 6. Fast. Wir haben es hier fast. Die Workbench brauche ich mal kurz hier hin. Wir können ansonsten auch das hier alles drehen. Das Raster komplett drehen. Ne. Also, dass wir das Kreuz so machen. Also quasi diagonal. Ja. Ich glaube auch, wir haben keine andere Wahl. Ach. Handwerkstation natürlich. Wir brauchen ja eine Schmiede. Oh Mann. So ein Rumgefriemel. Aber das soll natürlich auch gut funktionieren, was wir hier machen. Ich will hier nicht einfach irgendwas machen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich baue es hier hin. Warten. 4. Falsch. Stopp. Ich mache das mal folgendermaßen. Sorry. Alles wieder weg. Aber da wir jetzt hier nur 4 Workstations haben, ändert das alles. Und ich baue jetzt die Schmiede mal so lange überall hin, bis ich herausgefunden habe, halt das Eisen weg. Das mache ich später. Aber ich will unbedingt wissen, wo die Schmiede stehen muss, damit sie maximale, maximalen Bonus hat, wenn ich die hier hinstelle. Zwei. Die stand vorher hier, ne? Verdammt. Hätte ich mal vorher gucken sollen. So. Fünf. Hä? Ich hatte die doch hier hingebaut. Meine ich. Damit ich, wenn ich hier hochkomme mit dem Erz, direkt bei der Schmiede bin. Ja, dann würde ich sagen, reißen wir mal kurz unten auf und gucken uns mal an, was wir da gebaut haben, ne? So geht's ja nicht. Äh. Hier weg. Ja, das Holz sammle ich gleich auf. Ich hole mal kurz hier ein neues. Und dann gehen wir mal rein. Weil so geht's ja nicht. Boah. Ich höre mal auf, mich andauert über die Musik zu beschweren. Äh. Ich reiß mal das auf. Und dann gucken wir mal kurz rein, wie wir das hier gemacht hatten. Hier. Ist ein Schmiededing da. Und hier. Ne? Die hier und die hier, die sind alle nicht connected. Das bedeutet, wir müssen die eigentlich auf die gegenüberliegende Seite machen. Wir müssten das, wenn ich das richtig sehe, hier hin bauen. So. Mach ich mal. Hier hin. Warten. Fünf. Das kann doch gar nicht sein. Warum fünf? Welche fehlen denn? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Vielen Dank.